Hallo liebe Star-Stable-Spieler und Spielerinnen, ich bin's hier, eure Sabrina. Wir sind hier gerade auf der Goldspur-Farm und Angus hat eine neue Aufgabe für uns. Es ist eine Weihnachtsaufgabe, es ist eine Babysitter-Aufgabe. Hallo, willst du uns vielleicht helfen? Wir brauchen einen Babysitter, während wir Geschenke einkaufen gehen. Willst du uns helfen? Es wird auch nicht besonders lange dauern. Pass auf die Kinder auf, während die Eltern Geschenke kaufen gehen. Das sieht halt schon irgendwie ein bisschen baggier aus, ne? Naja, also wir haben's ja gleich hier geschafft mit dem Babysitten, aber es sieht halt schon echt komisch aus. So, wir haben die Weihnachtsaufgabe Babysitter erledigt und er dankt uns für unsere Hilfe und jetzt haben sie halt massenhaft Geschenke für ihre Kinder. Und wir haben halt zweimal einen Weihnachtswunsch und zweimal Fragmente bekommen. Und die tauschen wir dann später mal um. So, wir sehen uns dann im nächsten Video und ich wünsche euch noch einen schönen Abend.